R-E-W-R-N-S-I-E-T You want a tree? Yes! You want one? Yes! Ja, Leute, was geht? Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich komme unterm Tisch her. Denn ich stehe wieder, das heißt es, du hättest wieder auf lustige Sachen reagiert. Ich bin's, Leute, der Typ mit den blauen Haaren wie Rezo und dem Stand-Up-Tisch wie PewDiePie und den Cutter im Hintergrund wie der andere x-beliebige YouTuber. Eigentlich bin ich wirklich der YouTuber, der aus so vielen YouTuber-Stereotypen zusammengewürfelt ist, dass er sich eigentlich alles an seinem Kanal erlauben kann. Und deshalb dachte ich, Leute, habe ich heute Thomas einfach mal auf Reddit geschickt, Leute. Reddit ist bei sogar meine absolute Lieblingsplattform. Es wäre super nice, wenn ihr mir jetzt in die Kommentare schreiben würdet, dass ihr alle alt genug seid und einen Reddit-Account habt, damit wir gemeinsam ein Reddit-Sub-Forum für mich eröffnen können, wo wir gemeinsam lustige Sachen posten können. Falls Leute von euch auf 9Gag oder anderen Meme-Plattformen unterwegs sind, ähm... nehmt euch das Leben. Ich habe Thomas in einen bestimmten Sub-Reddit geschickt und zwar in Slash-Air-Asshole-Design und ich übersetze das Ganze mal ganz auf Deutsch. Das heißt so viel wie Arschloch-Designs. Das sind Sachen, Leute, die entweder so dermaßen dumm konzipiert sind, dass man sich darüber nur aufregen kann. Dinge. Das ist dann immer das Problem dabei, wenn man halt mehrere Leute im UFO hier hat, die dann auch gerne mal rumschreien, obwohl das eigentlich mein Stilmittel ist. Finde ich extrem dreist. Jedenfalls stelle ich euch heute ein paar Sachen vor, die Thomas mir rausgesucht hat. Ich habe Thomas nur dieses Ding gezeigt und habe gesagt, Thomas, wäre es nicht geil, wenn man sowas mal in einem Video diskutiert. Einen Großteil der Sachen kenne ich schon, aber diese Sachen kenne ich jetzt noch nicht und ich werde jetzt einfach mal gemeinsam mit euch darauf reagieren, Leute. Da sind so unglaublich lustige und geile lustige Sachen dabei, dass ihr euch auf jeden Fall kaum halten könnt. Deshalb tut es mir nicht gleich, Leute. Setzt euch hin, holt euch ein Glas Wasser, einen Schnaps, einen Tee, einen Kaffee und genießt mit mir einfach diese wunderschöne Zeit. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Ding mit Bad Architecture. This idea failed not once, but four times, but they had a plan and they were sticking to it, dang it. Und ja, da sieht man auf jeden Fall jetzt ein Haus mit einer Treppe und die Treppe hätte dann wohl woanders hin gesollt. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie sowas passieren kann. Vor allen Dingen muss doch entweder den Fensterbauer auffallen oder den Typen, der die Treppe gebaut hat, dass das so überhaupt keinen Sinn macht. Ich meine, wie kann man denn hingehen und das einfach fertig bauen? Ich meine, wenn ich doch da bin, ja? Also ich nehme einfach mal an, normalerweise hat ein Haus diese Fensteröffnung vorher, ja? Vorher und nicht nachher. Dann gehe ich doch hin und beginne mit dieser Treppe und stelle die da hin und sehe schon so, hm, warte mal, da stimmt irgendwas nicht. Und dann hab ich die Eier und zieh das Ding einfach bis zum Ende durch. Das ist wirklich sowas wie, fuck it, that's not my job. Auf jeden Fall extrem Respekt an die Person, die das einfach mal so durchgehen lassen hat. Ja, das Haus scheint fertig zu sein. Wie gesagt, diese Feuertreppe hilft gerade der Person hier im oberen Fenster, wenn es da mal brennen sollte, kann sich dann der übergewichtige Gerd auf jeden Fall durch diese kleine Dachfenster zwängen und dann versuchen, die Treppe runter zu kommen. Ja, ist auf jeden Fall extrem, extrem, extrem sinnvoll. Kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Sicherheit geht auf jeden Fall in diesem Gebäude vor. Nächstes Ding, hier haben wir einen Balkon. Da fragt man sich natürlich nicht auf, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, da hat man sich einfach wie beim Minecraft gedacht, ach, Symmetrie ist das A und O an meine Maus. Da muss auf jeden Fall noch der Balkon da drunter gesetzt werden. Keine Ahnung, wie kann denn sowas passieren, Alter? Wie kann denn ein Bauunternehmer einfach vergessen, eine Fenster oder eine Tür oder sonst irgendwas einzubauen? Ich meine, das fällt doch auf, dass da ein Balkon ist, aber keine Tür. Wie geht das? Ich meine, entweder ist der Typ von drinnen hingegangen und hat das Ding zugemauert, oder es war einfach schlichtweg kein Geld mehr da und man hat gesagt, okay, dann gibt es da jetzt einfach gar nichts. Das ist auf jeden Fall extrem geil. Also, ich wundere mich manchmal echt, wie solche Sachen überhaupt zustande kommen und wie das überhaupt zu Ende gebaut wird. Dass sich da niemand beschwert, wundert mich. Ganz ehrlich, wenn ich diese Wohnung hätte, ja, ich habe zwar einen Balkon, dafür zahle ich auch Miete, aber ich komme einfach nicht drauf. Das heißt, ich muss immer zum Nachbarn vom Balkon nach oben runter. Extrem geile Moves. Hier haben wir ein richtig geiles Klo. Das kann ich mir... Oh mein Gott, ist das unangenehm. Wenn zwei Typen nebeneinander stehen und dann quasi so stehen und der andere steht so, dann hat man entweder die zwei Arschbacken aneinander oder der eine pisst den anderen sogar an, je nachdem, wie ich stehe. Das ist so dermaßen beschissen. Wie kann man... Das ist doch totaler Schmachsinn. Ich meine, wenn ich doch hingehe als Sanitär- und Anlagenfachmechaniker und baue dieses Klo ein, dann merke ich doch schon, was für einen Schwachsinn ich hier gerade fabriziere und höre doch damit auf. Ich gehe da nicht einfach hin, ziehe das Ding durch und sage dann meinem Chef, so Chef, ich bin fertig, was sagen Sie dazu? Dann sagt der Chef, ja, sieht scheiße aus, aber passt, mach mal Abflug. So, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass man sowas durchgehen lässt. Ja, extrem geil, gerade weil es halt zu Spider-Man passt. Diese Kleenex-Box hätte man auf jeden Fall anders designen können. Ist auf jeden Fall schön, dass man da jugendliche Motive wählt. Ich weiß halt nicht, was Spider-Man da gerade aus seinem Arsch rausschießt, ob das jetzt ein Spinnennetz ist oder eventuell andere weiße Substanzen, die eventuell in solchen Körperöffnungen landen. Respekt auf jeden Fall dafür, da hat sich auf jeden Fall jemand richtig Mühe gegeben und sich gedacht, hey, okay, das können wir auf jeden Fall so auf den Markt bringen. Wie passiert sowas? Ich meine, da ist doch immer irgendein Produktmanager am Ende, der sagt, so, das kommt jetzt auf den Markt. Oder ist es teilweise so, dass halt einfach dieses Design durchgedrückt wird und dann am Ende gesagt wird, damn, wir haben jetzt hier 400.000 Boxen produziert. Wir müssen die einfach rausballern. Also ab damit in die Kinderabteilung. Hier haben wir auf jeden Fall einmal ein wunderschönes Spiel, was hier geschippt werden kann. Free Shipping ab 49 Dollar. Das Spiel kostet allerdings 48,99. Das heißt, 1 Cent. Und ich muss das Shipping selber noch zahlen. Das ist sowas von dermaßen asozial zu sagen, in der Theorie ist unser Versand gratis, aber den Mindestbestellwert werdet ihr niemals erreichen, wenn ihr nur ein Produkt kauft. Extrem böse, extrem böse. Aber für sowas liebe ich halt, dass Internet so was immer hier zusammengetragen wird. Website won't let you put something less than five characters, even names exposed from Reddit mildly infuriating. What's your father's middle name? Paul. Ja, was sollst du machen, Leute? Wenn die Security Frage ist, was der Mittelname von deinem Vater und dein Vater heißt Paul, dann gilt das nicht. Dann will diese Seite von dir, dass dein Vater entweder Pauli, Paul S, Paulo oder O-Paul oder A-Paul oder E-Paul. Das heißt, du musst deinem Vater quasi neuen Namen geben, nur um auf dieser Webseite die komplett richtige Sicherheitsfrage beantworten zu können. Was ist das für ein riesiger Verwaltungsaufwand? Ich meine, überlegt mal, Leute. Da muss man extra zum Standesamt mit seinem Vater hingehen, nur damit man diese Sache richtig beantworten kann. Weil wenn der Vater ja nicht O-Paul heißt und man gibt trotzdem Paul an, dann hat man ja gelogen und gelogen ist verboten, weil Lügen darf man nicht sagen. Oh mein Gott. Ja, extrem, extrem, extrem sinnvoll. Auf jeden Fall. Respekt wieder mal an die Person, die sich dahinter gesetzt hat und gesagt hat, so, jetzt ab sofort nee, ich sag das jetzt einfach, jeder Mittelname muss ab jetzt fünf Zeichen mindestens haben. So, die Leute mit vier Zeichen oder drei Zeichen, Tim, Ollis oder sonst was, die können sich verpissen. Auf geht's. Ja, eine Rolltreppe, die keine Rolltreppe ist, auch extrem interessant. Auch da fragt man sich dann wieder, woran hat's gelegen? Ich meine, letztendlich gibt's glaube ich keinen Rolltreppenhersteller, der einfach eine normale Marmortreppe dahin ziegelt. Ich kann mir halt wirklich nur vorstellen, dass da sich halt gedacht worden ist, wir haben jetzt hier noch diese wunderschönen Dinger von der Rolltreppe über. Komm, dann lassen wir einfach das Band da langfahren und tun wenigstens so, als wäre es eine Rolltreppe, damit es ungefähr so aussieht, als wären wir modernes Einkaufszentrum. Vor allen Dingen, schaut euch mal diese Treppe an, wie dermaßen crappy, die gebaut ist, die ist komplett krumm und schief, Alter. Da fällt man ja hin. Was zum Teufel, Mann? Ja, das ist auch wieder so ein not my fucking job. Also einfach ganz pragmatisch gedacht und ich lege jetzt hier einfach zwei Dachziegel auf den Boden und zementiere die hier ein. Hauptsache, das Wasser läuft ab. Gut, dass sich da vielleicht Leute drüber auf die Fresse legen und eventuell stolpern und sich vielleicht die Beine brechen und eventuell das Ding im Winter zufriert und so weiter und so fort, wird hier komplett außer Acht gelassen. Hauptsache gemacht, ich bin damit fertig. Ich nochmal, also wenn ich doch ein Handwerker bin, dann habe ich doch eigentlich mindestens einen minimalen Anspruch, eine Sache so zu verrichten, dass ich sagen kann, Schatz, ich habe heute eine Menge geilen Scheiß gemacht. Ich habe ein Haus gebaut und habe die Fenster nicht vergessen und ich habe auch Fliesen verlegt und habe alle Fliesen in die richtige Reihenfolge gelegt. Dass dieser Anspruch an einen selber wenigstens besteht, etwas halbwegs richtig zu machen, aber diese Leute geben nicht einen einzigen F*** und machen einfach, was sie wollen. Okay, auch extrem gut. Best before Monday. Wish fucking Monday. Auch geil. Du kaufst es einfach an dem Montag und es steht einfach, ja, haltbar bis Montag. Ja, nice auf jeden Fall. Also, wie soll ich daran festmachen, wie lange etwas haltbar ist? Und dann dieser Kommentar von Snapchat. Wish fucking Monday. Ja, ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ich glaube, da bleibt dann einfach nur eins übrig. In den Salat reinbeißen, Loch reinbohren und eventuell mit dem Finger oder derweitig andere Sachen da reinstecken, um festzustellen. Also, so mache ich. Mach dir das nicht so, wenn ein Salat vielleicht schippt? Nein? Dick's Pizza. You haven't eaten pizza until you have eaten Dick's. Free Dick's at Dick's Pizza. Oh shit, man. Das muss demjenigen noch aufgefallen sein. Das muss doch wirklich beabsichtigt gewesen sein. Also, der Typ heißt vielleicht Dick und hat sich dann gedacht, okay, mit meinem sowieso schon beschissenen Vornamen, für den ich immer in der Grundschule, in der Middle School und in der High School aufgezogen worden bin, gehe ich jetzt einfach hin und mache jetzt einfach eine Pizzerie, die heißt Dick's. Also, wenn ich Dick heißen würde, würde ich auf jeden Fall auch eine eigene Pizzerie mit dem Namen Dick's Pizza aufmachen. Von daher, absolut nachvollziehbar. Aber der Slogan dazu ist halt nochmal königlicher denn je. You haven't eaten pizza until you have eaten Dick's. Ist auf jeden Fall eine Sache, die ich so nicht unterschreiben kann, weil man kann auch, glaube ich, Pizza essen, bevor man Dick gegessen hat. Will ich aber jetzt auch, wie gesagt, nicht genau weiter ausführen, weil dann werde ich nämlich monetarisiert. I'm not a robot. Ja, und? Was ist da? Was ist jetzt da? Hä? I'm not a robot. Ja, das klicke ich an und dann. Thomas, was hast du dir hier mal gedacht? Ich habe ihn nicht mehr eingekriegt. Ich fand das so witzig. I'm not a robot? Hä? Und was ist daran so lustig? Und was ist so witzig? Ja, aber was ist denn daran so lustig? Und? Man klickt das einfach an und das war's. Ja. Ja, aber das ist doch normal. Ja. Ja, aber warum hast du das da reingeschnitten? Mann, du hast Memes immer noch nicht verstanden. Dreh dich wieder weg und schreib das Video. By the way, Leute, habe ich mir ein paar Memes rausgesucht, die wahrscheinlich so schwer sich zu verstehen sind von Thomas' Seite aus, dass ich sie ihm gerne präsentieren würde. Wir können so ein kleines Experiment machen, Leute. Das ist wie in einem Hund, wo man quasi ein Leckerchen hingeht und der Hund sich immer selber dadurch in den Schwanz beißt. Super Vergleich. Super Vergleich. Ja, perfekt. Wenn ihr dieses Video sehen wollt, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, damit ich Thomas eventuell mal ein bisschen Memes im Internet erkläre. Ja, auch eine extrem interessante Konstruktion. Was war zuerst da? Die Rutsch oder der Baum? Ich würde fast schon sagen, der Baum, weil der ist relativ groß. Das muss dann einfach von einem Kinderhasser gemacht worden sein, in dem sich gesagt hat, okay, ich spendiere jetzt hier einen Spielplatz, aber ich will, dass jedes gottverdammte Kind sich den Schädel bricht, wenn es auf diese Rutsche geht. Oder halt kastriert wird, je nachdem. Ja, ist halt die Frage, wie oft wird diese Rutsche überhaupt genutzt? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das irgendwo irgendwie steht. Also, die Wippe dahinter scheint auch irgendwie ein bisschen eng am Baum zu liegen. Oder hat jemand diesen Baum da? Wie kommt so was zustande, Mann? Was zum Teufel? Hier haben wir... Das ist auch geil. Wenn du einfach ein Klo einbaust und denkst, okay, ich habe mein eigenes Haus jetzt fertig und dann merkst du so, fuck, die Tür. Ich... Okay, entweder gehe ich jetzt hin und baue das Klo aus oder ich lasse die Tür weg oder ich schneide einfach mit dem Stichslägel Loch in die Tür. Extrem geil, kann man auf jeden Fall machen. Ich frage mich dann halt nur, wie das ist, wenn man am Klo sitzt, weil erstmal zieht der ganze Kackegeruch in den Flur und des Weiteren kann ja jeder seinen Kopf da einfach durchstecken, wenn ich da am Kötteln bin. Also, ja, ich würde nicht gerne so in einer Wohnung wohnen, wo meine Tür ein Loch hat, damit es am Klo vorbeischrappt. Aber jedem das seine, ne? Thomas, das war's schon! Thomas, das war es 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 schon! Ah! Stumme Idee! Leute, ich würde sagen, das war's für dieses wunderschönen Video. Ich würde sagen, das war's für dieses wunderschönen Video. Wenn ihr wollt, dass ich Thomas die Tage immer bei mir rausschmeiße und nie wieder einen Job gebe, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt und ich mich gerne mal der Meme-Kultur im Internet ein bisschen widmen und verschiedene Sachen anschaue, die mich immer zum Kichern bringen, dann smasht auf jeden Fall auch wieder einen Button da oben. Schreibt mir bitte in die Kommentare, Leute, ob ihr alle Reddit nutzt oder nicht. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir gemeinsam einen kleinen Subreddit für uns aufmachen könnten. Liebe Inside-Army, liebe Insider an dieser Stelle, möchte ich einfach mal ganz kurz Dankeschön sagen für diesen wunderbaren Support auf meinem Kanal. Ich freue mich, Leute, und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Macht's gut, euer Herr Newstime. Auf Wiedersehen. Tschüss! 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 Tschüss!